guten morgen trader und herzlich willkommen zu unserer freitaglichen live besprechung hier der märkte heute wieder mit dem blick in wichtige chart situationen wti silber und austral dollar schweizer franken haben wir hier und heute auf der uhr allen live zuschauern sei auch wieder gesagt fragen natürlich wie immer gern dafür sind wir hier und die wunschmärkte können wir hier an dieser stelle natürlich immer wieder auch gut miteinander besprechen das zu diesem punkt und damit starten wir ohne große federlesung hier in den normalen vorbereitungsrhythmus das heißt wir starten mit dem risikohinweis den bitte ich wie immer in gänze zur kenntnis zu nehmen sie wissen ist der handel mit devisen und cfds of margin der kann zu verlusten führen und danach machen wir hier an dieser stelle einfach weiter und schauen einfach mal darauf was wir heute auf der agenda haben das heißt hier bei uns an dieser stelle schauen wir einfach die nachrichten um 11 uhr aus der eurozone da bekommen wir die handelsbilanz um 12 uhr ist das treffen der euro gruppe aus den usa kommen dann am nachmittag eine ganze reigen an nachrichten um 14 uhr 30 einzelhandelsumsätze das sind die daten hier die kernrate wir bekommen den exportpreis index den importpreis index wir werden genannt bekommen wie hoch die lagerbestände sind um 16 uhr und dann gibt es um 16 uhr auch noch von der uni michigan die konsumentenerwartungen und das verbraucher vertrauen wichtige komponenten hier für die wirtschaft in den usa weiter geht es dann um 16 uhr auch noch mit den einzelhandelsbeständen ohne fahrzeuge und am abend dann um 21 uhr 30 wie im normalfall jede woche freitags die cot reports das heißt dort sehen wir was die big boys im bereich auch der rohstoffe und währungen in den future märkten gemacht haben das ganze wie schon gesagt heute hier an dieser stelle und damit gehen wir würde ich sagen gleich einmal in die charts hinein das heißt wir blicken zunächst erst einmal im rohstoffbereich auf den silberpreis silber chart haben wir hier was wir sehen der aufwärtstrend an dieser stelle ist gut im gange gewesen hier die letzte starke bewegung oben raus gehabt bis 1964 7 das war der peak hier oben der top dieser kerze am vierten neunten und danach ist der markt einfach etwas nach unten gerutscht etwas die dynamik ist hier nicht zu übersehen das war schon ganz schön ordentlich was wir hatten es ging runter bis auf 17 78 da hatten wir hier unten das low da ist der boden gefunden und da an dieser stelle wird der markt entweder einen support oder einen bereich einer abwärtstrend bildung geben das ist wichtig deswegen schauen wir hier auch mal drauf weil wir haben hier in diesem bereich einen ja erst einmal gegenschub gesehen der fand gestern um 18 47 sein top und wurde vollständig abverkauft das ist mal eine hausnummer das ist erst einmal eine umkehr kerze gut umkehr kerzen haben nur dann was zu sagen wenn sie auch bestätigt werden so weit ist es noch nicht heißt also wenn wir hier tatsächlich an tageshoch heute noch mal ran laufen und die preise sich darüber stabilisieren dann könnte es durchaus etwas dynamik zur oberseite geben hier mit blick beispielsweise mal auf das nächste tageshoch das haben wir hier liegen bei 18 80 die dinge die wir hier sehen kommen auch schön aus dem stunden trend das schauen wir uns gleich mal an wir müssen zuvor allerdings noch auf die unterseite schauen das heißt wird diese umkehr kerze von gestern tatsächlich auch bestätigt dann geht es hier unten um diese marke 17 78 rutschen wir darunter dann haben wir hier einen abwärtstrend am laufen jetzt geht es hier das mal kurz durch hier das wäre dann hier eine ja sage ich mal situation wo wir doch mit weiteren kurs verlassen verlusten rechnen müssen weil wir dann trendig unterwegs sind nächster anlaufpunkt wäre dann möglicherweise hier erst mal dieses level als wir hier ausgebrochen sind das ist so der bereich knapp um die 17 30 beziehungsweise bezogen auf diesen trend den wir hier am laufen haben haben wir dann das nächste level unten drunter wenn es dann doch noch ein stück weiter gehen sollte auf der unterseite dann haben wir hier diesen bereich vom korrektur tief hier liegen und das ist hier mal sagen wir mal ganz grob die marke hier unten von naja was haben wir knapp 16 80 hier in diesem bereich die sollten wir dann mit auf der uhr haben bis dahin kann es weitergehen ohne dass dieser aufwärtstrend hier gebrochen wird es ist halt nur die frage kommt es überhaupt dazu oder nicht und das wird uns das kurzfristige bild hier auch mit anzeigen und deswegen schauen wir jetzt einfach noch mal in den trendverlauf den wir unten drunter haben in der stunde sozusagen und da sehen wir es hier auch sehr sehr schön gegeben wir sind sozusagen hier wieder in diesen kleinen support auf der stunde reingelaufen also hier dieser bereich hier unten drinnen der hat ja immer mal wieder für support gegolten und das tut der momentan auch noch das heißt an dieser stelle ja ist der markt hier weiterhin ein bisschen unentschlossen wie es nun weitergehen soll die entscheidung steht hier aus wie schon gesagt hält dieser boden so wie hier drüben gehalten hat dann haben wir schon chancen nach oben zu laufen und dann wird es interessant was hier an diesem hoch passiert schaffen das drüber dann haben wir wenn wir uns mal diesen verlauf hier anschauen als nächsten anlaufpunkt wie schon gesagt das korrekt hoch hier bei der marke ungefähr um die 18 80 jetzt nächster anlaufpunkt wird das auch gewuppt dann könnten wir durchaus wieder die hochs hier oben testen das ganze hängt momentan aber auch ein bisschen damit zusammen wie sich die aktienindizes schlagen denn der sektor der oder die die edelmetalle an sich die laufen momentan so ein bisschen so aktienmärkte hoch edelmetalle runter umgekehrt aktienmärkte runter edelmetalle hoch also immer da gibt es einen leichten zusammenhang ist natürlich keine garantie dass es weiter so bleibt also es könnte auch sein dass beides steigt oder beides fällt das weiß ich nicht genau aber wir haben momentan einfach dieses bild und wie schon gesagt wenn der boden hier unten hält dann haben wir eine chance wieder ein stück weit auch nach oben zu laufen das also zu diesem bereich und damit machen wir hier an dieser stelle weiter mit dem nächsten und zwar gehen wir mal ganz kurz in die währungen an dieser stelle rüber hier haben wir auf der uhr austral dollar schweizer franken mit einer wirklich sehr sehr schönen umkehrformation muss ich sagen wir sehen sie hier übergeordnet das bild ist abwärts gerichtet aber zwischendrin hatten wir hier diese ordentliche boden bildungs formation wir haben hier eine ganze menge seitwärts bewegung gehabt hier zwischen der marke oben bei ungefähr 0,667 und unten die 0,654 das waren so die beiden bereiche der markt hat sich dann irgendwann entschieden die oberseite anzugehen und wir sehen es am laufen hier aktuell dieser kleine ausbruch bereiche um die 0,6856 ist aktuell das ja sag ich mal der widerstand an dem der markt hält und jetzt läuft es hier weiter nach unten entscheidend ist wie es weiter geht laufen wir hier unter das tagestief bei 0,67825 dann haben wir gute chancen einer ausweitung dieser abwärts richtung das wäre dann auch wieder ein weg in richtung dieser großen übergeordneten situation und damit können wir uns dann weiter unten orientieren heißt an dieser stelle also die marken von 0,67442 beziehungsweise hier die 0,67137 das wären mal marke erst einmal bis hier unten das support level kommt um die 0,667 und das ganze sehen wir selbstverständlich ja wieder hier an dieser stelle und hier sehen wir mal aus welchem grund diese marke hier was ich eingezeichnet habe bei 0,67825 auch eine gewisse relevanz an dieser stelle hat Gerhard guten morgen wir müssen hier drunter um das große bild hier rauszunehmen also wenn man sich das kleine teilige mal anschaut ich mache es mal kurz hier oben ist schon deutlich schwächer reingekommen also wir haben es ja hier oben gesehen hier ging es nach oben opala wartet mal das lege ich mir gleich mal hier rüber das brauchen wir ja hier also das heißt diese dynamik die jetzt hier nach unten läuft ist nach unten begriffen und was wir halt mittlerweile auch getan haben deswegen haben wir da halt auch ein umkehrsignal ist halt hier da ist der trend in fortsetzung gegangen ich mache das mal kurz grün damit wir auch den aufwärtstrend an dieser stelle sehen und nach der trendfortsetzung gab es eine korrektur diese korrektur hat logischerweise auch ein korrektur tief im markt hinterlassen das wäre hier unten an dieser marke gewesen und dann gab es diesen 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 schwung schön nach oben hier gab es noch diesen zacker zwischendrin und was wir halt an dieser stelle sehen der zacker hier sind wir wieder reingelaufen und wir laufen jetzt definitiv hier mit einem schub unten drunter hier zack runter drüber nochmal hoch jetzt wieder runter also es ist die umkehr da wie schon gesagt laufen wir hier unter dieses level bestätigt sich das ganze und dann ist der weg nach unten erst einmal frei und wie schon gesagt anlaufpunkte sind wie immer hier zu sehen in den aktuellen trend tiefs die wir hier den oben schub nach rein gehabt haben und da haben wir halt hier unten die 067 442 hier liegen hier haben wir das nächste tief liegen bei 067 137 und wir können sogar hier unten noch eins rein zaubern hier da haben wir auch noch ein tief um die marke von 066 881 das wären anlaufpunkte bis wir hier erstmal in diesem unterstützungsbereich stehen das sieht man auch sehr sehr schön in der stunde hier sehen wir es das hat eine ganze weile unten gehalten dann sind wir drüber gegangen hier hat es schon mal stand gehalten dann hoch also das ist schon was mit beachtung und das ist das was wir hier an dieser stelle auch sehen also austral dollar schweizer franken auf alle fälle hier auf tagesbasis mit einem umkehrsignal und wenn wir uns den tag mal hier zusammen gerafft ansehen da sehen wir halt auch wir sind halt im großen bild wirklich abwärts gerichtet und aus diesem grund haben wir auch die chance diese abwärts richtung hier nach unten weiter mitzunehmen wenn es bestätigt wird und dann in die bewegung wieder mit hinein zu laufen das in diesem bereich und damit gehen wir noch einmal zurück in den markt der rohstoffe und zwar schauen wir jetzt mal auf das wti das ist ja ordentlich unter feuer geraten diese woche und zwar in beide richtungen erst mal hier der absolute move nach oben und dann der brutale abverkauf den wir hier gesehen haben das sind momentan wieder ziemlich hohe schwankungsbreiten aber das sind wir ja mittlerweile im ölmarkt auch gewohnt heißt also an dieser stelle was haben wir hier das müssen wir mal so ein kleines bisschen einordnen was wir hier haben weil wir sehen ja hier momentan auch einen ziemlich schnellen wechsel zwischen abwärtstrends und aufwärtstrends was wir hier an dieser stelle definitiv auch gesehen haben ist wenn man das größere bild mal nimmt wir haben hier schon jetzt einen trendförmigen aufwärts schub da aber zum stehen gekommen ist er halt absolut hier oben in diesem bereich am letzten korrekt hoch dieses abwärtstrends ja das macht das ganze von der lesweise her sag ich mal ein bisschen ich will jetzt nicht sagen schwierig es ist ja wie es ist wir haben ja die aufwärts dynamik auch da die ist jetzt gebrochen wir müssen einfach mal um das ganze einzuordnen hier etwas höher steigen und da sehen wir aktuell selbst wenn wir in die woche hineinschauen das mache ich mal ganz kurz groß wir sehen schon hier oben den markt eher erst einmal noch fallend nach unten und da wäre es jetzt natürlich sehr sehr wichtig dass wir hier über dieses level drüber steigen schaffen wir das nämlich nicht dann haben wir das potenzial erst einmal wieder hier unten in den raum der 53 dollar marke zu fallen und wenn das ganze rausgenommen wird dann orientieren wir uns erst einmal wieder hier unten an diesem tief an diesem support hier um die marke von 50 50 50 50 55 pro fass im wti das ganze haben wir auf der unterseite stehen jetzt gehen wir noch mal zurück in den tagesschart weil das ist ja das interessante bild also wir sehen es hier wenn wir uns mal diese grün markierte aufwärts phase hier auch anschauen das was wir sehen ist momentan die korrektur wir haben hier unten entscheidend natürlich das tagestief von gestern um die marke von 54 dollar und das tageshoch mit der marke um die 56 34 und das ist jetzt entscheidend was passiert an dieser stelle der ölmarkt bericht war an dieser stelle gar nicht so schlecht andere nachrichten haben halt hier dafür gesorgt dass der markt nach unten rutscht und das ganze schauen wir uns jetzt mal für das kurzfristige trading auch in der kleineren zeiteinheit noch an das heißt was wir hier definitiv auch sehen ist dass wir hier diesen schub definitiv rausgenommen haben also hier diesen letzten bewegungstrend nach oben hin der ist komplett weg wir haben hier in der stunde einen markt der definitiv trendig nach unten läuft und solange wie dieser abwärtstrend nicht gebrochen wird haben wir halt die chance für die short seite weiter nach unten zu laufen das heißt an dieser stelle laufen wir von hier aus nach unten rein dann geht es aufs tagestief von gestern um die marke von 54 und wie gesagt wenn hier keine käufer reinkommen die den markt auffangen dann steht als nächstes hier an dieser stelle der test der 53 us dollar marke an und das wenn wir hier aus dieser korrektur jetzt direkt auch raus laufen das potenzial nach unten hin auch da ist das sehen wir wenn wir einfach mal die korrektur tiefe hier unten drauf setzen wenn das irgendwo mit aufgenommen wird dann laufen wir absolut in diesen bereich unten rein und das ist schon eine gute chance für die short seite aber wohlgemerkt immer noch diese aufwärts dynamik auf den tagesbasis also was ich hier einen großen eingezeichnet habe die ist halt immer noch vorhanden das heißt der markt kann technisch auch immer noch rumdrehen wie schon gesagt dazu wäre es allerdings notwendig dass wir definitiv diesen abwärtstrend hier beenden das sehen wir dann dass die marktteilnehmer nach oben gehen und dann haben wir die dynamik wieder steigende tiefpunkte steigende hochpunkte und dann dreht sich das bild um und dann haben wir schon chancen zur oberseite heißt also hier tages hoch von heute von gestern beziehungsweise hier das hoch um die marke von 58 28 das sind hier mal die hochs die wir in diesem trend der stunde hier auch sehen und da sehen wir ja sehr sehr schön auch die bewegung in die richtige richtung an dieser stelle rein das zum wti an dieser stelle und damit gehen wir erst einmal kurzzeitig weg aus den währungen und den handelsideen für heute und gehen zurück zu den nachrichten das heißt wir machen jetzt mal einen kleinen blick auf die nachrichten die wir diese woche hatten nur mal zu schauen was wir hatten als zahlen an dieser stelle so wahnsinnig viele nachrichten gab es nicht es gab viel aus großbritannien aber es gab natürlich eine eine nachricht und zwar war das die pressekonferenz der ezb von gestern was gewesen ist definitiv die ezb hat geliefert was der markt entsprechend auch erwartet hat das heißt sie hat den einlagesatz zu den zinssatz für die einlagenfazilität gesenkt von minus 0,4 auf minus 0,5 der spitzenrefinanzierungssatz ist gleich geblieben bei 0,25 die zinsentscheid hier ist bei 0% das hier an dieser stelle wichtig ist was draghi gesagt hat und draghi hat gesagt dass die gefahr für eine rezession jetzt nicht überbordend ist aber die wahrscheinlichkeit ist auch leicht angestiegen das heißt der markt wird weiter unterstützt durch die ezb thema anleihe kaufprogramme und so weiter und so fort was er aber auch gesagt hat ist dass die neue führung die dann sozusagen die frau lagart übernimmt bestimmte dinge einfach auch mal überprüft alles auf den prüfstand stellt also es bleibt sehr sehr spannend und wir haben gestern auch eins erfahren die ezb steht bereit um der wirtschaft entsprechend auch zu helfen und das sind ja dinge wenn hier die neuen geld spritzen auch kommen das unterstützt in aller regel häufig auch den aktienmarkt weil wenn die preise die zinsen niedrig sind und die ezb anleihe käufe macht dann ist da immer genügend geld da und das hat ja in der vergangenheit die märkte auch immer ordentlich nach oben geschoben machen wir kurz den blick über die woche das heißt aus großbritannien zum bipp da gab es am montag keine überraschung bei den durchschnittseinkommen hat die waren leicht über den erwartungen gewesen thema arbeitslosen änderung hier also schlechter will ich sagen die zahl war niedriger als das was erwartet ist und das ist ja definitiv auch ein positives ja ding gewesen aber wir sehen es hier es ist halt doch ein anstieg entsprechend da am mittwoch gab es dann auch noch die jolls stellen angebote die lagen hier leicht unter den erwartungen interessant war es gewesen die rohöl lager bestände am mittwoch zu erfahren wir sehen es es war erwartet ein rückgang von 2600 barrel hier waren es dann 6,9 also an dieser stelle deutlich mehr rausgegangen als erwartet wurde aber ja den markt hat es hier an dieser stelle nicht wirklich gehalten die abwärtsdynamik war halt da diese zahlen konnten hier keine unterstützung geben wie schon sagt donnerstag haben wir schon durch die wichtigen sachen an dieser stelle definitiv auch zu hören und lesen gewesen das waren die termine in dieser woche und jetzt schauen wir mal noch auf das was nächste woche auf uns wartet bekommen am dienstag den zew konjunkturindex also die zew konjunkturerwartungen die bekommen wir hier um 11 uhr mittwoch bekommen wir aus großbritannien den verbraucherpreisindex aus der eurozone ebenfalls den verbraucherpreisindex in den usa gibt es die baugenehmigung die rohöl lagerbestände und dann ja mittwoch ist der tag an dem die fett dran ist das heißt hier gibt es den zinsentscheid der fett und danach die pressekonferenz und das sind sehr sehr wichtige sachen wir wissen ja der markt preist eine zinssenkung ein das ist das eine das andere ist aber das wording der fett an dieser stelle und das ist ja das wo ja sag ich mal die trader genau hinhören und jedes wort auf die goldwaage legen das wird sehr sehr spannend donnerstag gibt es dann die einzelhandelsumsätze aus großbritannien einen zinsentscheid auch in großbritannien und ihr bekommen aus den usa den filifet herstellungsindex und die verkäufe bestehender häuser das zu den wichtigsten nachrichten für die kommende woche dass wir schon mal so eine grobe richtung haben wann was kommt und damit gehen wir zurück in die märkte wie immer hier im stereo trader im metatrader oben auf das heißt wir schauen jetzt mal auf die großen indizes was passiert das wti hatten wir ja mittlerweile besprochen da müssen wir jetzt nicht noch mal ins detail gehen aber was natürlich sehr sehr interessant ist zum einen schaut euch mal an was der dax gemacht hat hier auch im vorfeld hoppala falsches fenster kurzen augenblick wir nehmen einfach das das sieht interessanter aus also hier stehen wir drinnen wir haben mittlerweile echt auch das ziel erreicht aus dieser inversen schulter kopf schulter formation das ging diesmal mal richtig flott muss ich sagen an dieser stelle also sehr sehr interessant was hier zu sehen war es ist wirklich stark nach oben gegangen gestern war natürlich ein sehr sehr volatiler tag das ist ganz klar an solchen tagen ist sowas nicht ungewöhnlich viele hatten ja die sorge dass die ezb den markt definitiv enttäuschen wird gut eine enttäuschung hätte hier in der tageskerze doch deutlich anders ausgeschaut wir sind hier ganz schön stark und ganz schön weit nach oben gelaufen es ist jetzt die frage wie wird es weiter gehen aber das bild an sich ist erst mal weiterhin sehr positiv aufgrund dieser lang gelaufenen bewegung wäre es nicht unwahrscheinlich wenn wir eine korrektive phase auch mal bekommen da sollten wir uns einfach mal so ein bisschen an dem orientieren was hier der trend uns nach oben gezeigt hat das heißt wenn wir hier mal kurz in die stunde auch reingehen hier gestern der wackelige tag der hat natürlich etwas an spuren hinterlassen aber wir sehen es hier dieser aufwärtstrend der führt sich einfach weiter nach oben fort und wenn wir hier eine korrektur das heißt eine umkehr bekommen in der stunde einen abwärtstrend zu sehen bekommen dann ist es natürlich das dass wir auf tagesbasis hier an dieser stelle eine umkehr auch sehen werden und wenn wir das ganze mal ausmessen beziehungsweise mal marker suchen die interessant sein sollten oder die interessant sein können dann können wir natürlich erst mal sehen hier ganz weit weg selbstverständlich hier dieser ausbruchbereich hier unten um die marke von 11.860 zählern das wäre mal das eine gewesen ich mache mal hier den chart kurz ein bisschen sauber dass wir alles ein bisschen besser sehen können und dann sind natürlich auch gerne fibonacci levels anlegbar das heißt die richtungen die wir hier sehen wenn eine korrektive phase kommt dann laufen wir hier halt unten rein in diese bereiche und wie schon gesagt wichtige marker hier an den tagestief sind da zu suchen beziehungsweise wenn wir uns einfach mal hier im fibonacci level anlegen kurzen augenblick ich packe es gerade mal drauf also wenn wir hier mal vom tief ins hoch reingehen und einfach mal ausmessen wo ist denn eine 50% korrektur da sehen wir da stehen wir irgendwo zwischen naja 12.000 und 11.900 zählern was dann auch ein anlaufpunkt wäre je nachdem wie tief es geht wenn es nur eine flache korrektur wird dann laufen wir irgendwo hier unten rein gleich in die marke um die 12.200 je nachdem was kommt wir müssen sehen was wir hier erwarten können sollte eine korrektur kommen ansonsten ist dann weiterhin auch das potenzial nach oben hin zu sehen wir sehen es hier haben wir den haken oben dran gehabt bei knapp 11.600 zählern hier wo dieses top hier oben drin gewesen ist das wäre dann nach oben ein weiterer anlaufpunkt ansonsten ja der markt ist gut in den herbst gestartet war ein schöner september bis dato hat mich persönlich auch sehr gefreut und ich hoffe wir konnten auch hier ein paar schöne setups immer mal vorstellen das bild weiter bullisch auch wenn natürlich das korrektur potenzial je weiter das ganze läuft je stärker wächst das ganze an wie tiefstern wird das wird sich auf alle fälle zeigen schauen wir rüber in die us märkte starten wir mal mit dem dow jones heißt an dieser stelle hier oben rein auch im dow jones den markt sehr sehr stark nach oben laufend hier diese bewegung können wir schön nach oben ziehen und wir sehen es auch hier der markt ist sehr sehr nah mittlerweile an sein allzeit auch oben ran gelaufen das heißt auch hier die bullen sind weiterhin sehr sehr fröhlich unterwegs an dieser stelle jetzt wird es hier oben natürlich spannend was passiert am allzeit hoch schiebt es den markt einfach drüber oder bekommen wir hier vorher noch mal eine konsolidierung das wird die zeit entsprechend zeigen auf alle fälle ist es hier auch im september sehr sehr positiv bis jetzt losgelaufen und das können wir so an dieser stelle natürlich auch konstatieren wer übrigens fragen dazu hat ich hoffe ich sehe hier auch alle fragen heißt an dieser stelle einfach bitte rein posten in die chats ich gehe gerne auf die ein oder andere wunschfrage mit ein hier also das zum dow weiterhin schön bullisch wie schon gesagt wenn es eine korrektur gibt ja dann haben wir anlaufpunkte auf der unterseite auch mit liegen hier dieses level hier drinnen beispielsweise hier dieser bereich untergeordnete wo wir hier so ein bisschen ich will sagen mal sagen wir mal etwas seitwärtslauf hatten das wäre hier eine marke 26.700 bis 26.800 je nachdem wie tief eine korrektur kommt aber das wäre mal ein erster anlaufpunkt definitiv den man durchaus auf der uhr haben könnte auch hier mal kurz die fibonaccis rangelegt hier unten einfach mal auszumessen übrigens ich habe mir den fibonacci indikator etwas angepasst dass sie sehen es hier sind nicht die fibonacci zahlen drinnen sondern ich nutze den einfach so grob um eine korrektur tiefe auszumessen also das heißt mir persönlich ist in meinem trading wichtig zu sagen okay haben wir eine mittlere korrektur bei 50 prozent oder läuft es tiefer 75 85 das ist für mich eine andere aussage aber vom prinzip her kann man da auch ganz normal die klassischen fibonacci levels nehmen und wir sehen es ähnlich wie wir es gerade im dax gesagt haben die 50 prozent haben wir hier etwas um die 26.700 zähler hier haben wir dann noch das ausbruchslevel im hoch das hatten wir hier gehabt um die marke von 26.000 knapp 550 zählern das wäre also dieser bereich hier unten durchaus auch als anlaufpunkt zu sehen noch einmal ein testlevel wie schon gesagt aber erstmal müssen wir abwarten wann überhaupt eine korrektur hier in diesem markt einsetzt schauen wir mal in ruhe auf den s&p 500 und hier haben wir gestern schon gesehen es gab tatsächlich den test hier am altzeil hoch das allzeithoch haben wir ja im s&p 500 hier oben liegen um die marke von 3027 zählern hier oben das ist sozusagen das top an dieser stelle da sind wir gestern reingelaufen in diesen ja in dieses leichte widerstandsband hier oben wenn wir es drüber wuppen können das wäre natürlich ein super zeichen kommen wir hier mal leicht in eine korrektive phase rein dann sehen wir auch hier wo wir reinlaufen können interessant wäre es was hier passiert ist hier sehen wir da hatten wir ja so kleinen zacken drinnen bevor der markt nach oben gelaufen ist also das heißt hier auch in diesem level um die ja sage ich mal 2960 bis 2970er marke das wäre hier unten mal ein bereich wo wir durchaus ohne weiteres eine korrektur sehen könnten ob die kommt man weiß es nicht wir stehen am allzeithoch wir müssen erstmal schauen ob nach diesem starken schub von unten die allzeithochs gleich auch wieder massive käufer finden oder ob wir hier noch etwas verharren es könnte natürlich auch sein dass vor der fett sitzung nächste woche etwas ruhe einkehrt und der markt möglicherweise ein bisschen enttäuschung einpreist das heißt es geht ja immer hin und her was die analysten machen wie sieht die zinssenkung aus was kommt weiter dann noch in die märkte rein von der fett das wird sich zeigen aber auf alle fälle hier auch weiter schön am laufen das ganze und wir sehen es das hat hier unten angefangen und das lief auch schön trendig hier nach oben das heißt der markt ist hier in dem aufwärtstrend befindlich den ich hier mal klein so ein bisschen skizziere und das natürlich immer schön zu sehen an diesen stellen und wie schon gesagt auch hier sind wir gut gelaufen und eine korrektur tut diesem bild keinesfalls etwas schlechtes sondern wäre normal gesund möglicherweise kriegen wir die hier vor dem bruch des allzeithochs vor dem überschreiten vom allzeithoch ansonsten kommt sie irgendwann später auf alle fälle hier das große bild weiterhin auch sehr sehr positiv und wenn wir mal das ganz ganz große bild anschauen das heißt gehen wir hier mal in die woche rein dann haben wir auch hier den wochentrend weiterhin schön am laufen wir sehen es hier ich skizziere es auch hier mal ganz kurz ein wir sind hier hochgelaufen ja es lief aus der korrektur heraus dann schön nach oben und jetzt wie schon gesagt schauen wir mal wo es hinläuft wenn wir tatsächlich hier das trend hoch was des allzeithochs einfach mit rausnehmen das zum s&b 500 und dann schauen wir noch in den technologielastigen index rein und hier sehen wir es auch er ist weiterhin bullisch er ist weiterhin auf dem weg zu seinem allzeithoch und die sachen sehen wir hier ja natürlich sehr sehr schön im markt auch drinnen heißt also hier auch die augustbox schön nach oben verlassen was wir hier auch sehr sehr schön sehen ist dass dieser trend der sich hier zwischenzeitlich gebildet hat dass der natürlich schön weiterhin nach oben läuft hier gab es zwischendrin auch korrektur das sind ja wichtige sachen dass wir solche korrekturen auch sehen und das ganze hier in fortsetzung wir haben ein bisschen schwäche gestern gesehen heute kommt der markt wieder ein bisschen hoch aber das große bild hier sie sehen es ich skizziere es gerade nebenbei ist weiterhin bullisch wie schon gesagt allzeithoch haben wir hier oben um die marke von 8022 zählern liegen das ganze hier an dieser stelle ist jetzt der bereich der als nächster widerstand gilt den gilt es zu überwinden dass wir hier die trendfortsetzung machen können ansonsten auch hier alles schön grün hier oben wird entschieden ob wir korrektur bekommen oder ob es weiterläuft das warten wir einfach einmal ab das also hier zum nasdaq 100 damit sind die großen indizes durch aber ich möchte an dieser stelle noch mal ganz kurz auf eine handelsidee zu sprechen kommen die wir hier im morning briefing auch mit gehabt haben und zwar die situation jetzt muss ich noch mal kurz schauen dass ich den chart den gezeichneten chart auch gleich noch mal rein hole da muss ich noch mal gucken wo wir ihn haben ja genau das könnte es sein bin mir jetzt aber nicht sicher aber nichtsdestotrotz rum wie numm ich nehme mal kurz den sauberen chart was hier sehr sehr interessant gewesen ist das ist das was wir diese woche auch besprochen hatten hier unten hat sich der aufwärtstrend gebildet und schaut euch mal wie schön der markt nach oben läuft das heißt wir haben hier einen jungen aufwärtstrend hier wenn wir uns das ganze mal anschauen der hat den vorhergehenden abwärtstrend gebrochen hier haben wir das hoch rausgenommen dann wurde es grün dann gab es eine kurze korrektur und dann lief der markt einfach nach oben und das ist doch sehr sehr schön zu sehen dass hier mit der trendentstehung die dynamik auch weiter erhalten bleibt wir laufen jetzt hier mittlerweile auch schon an das gap close oben ran nächste punkte wenn es so weiter geht im mittelfristigen bereich sind dann hier diese hochs um die 28.700 und ja was haben wir knapp 500 so hier oben rein also hier das ist der nächste anlaufpunkt 28.800 nach diesem gap close hier beziehungsweise hier oben dann das zwischen hoch was wir hier hatten knapp um die marke von 28.000 naja knapp 29.000 zähler die wir dort oben haben also wenn sie es macht sinn hier in die morgendlichen besprechungen reinzuschauen es ist viel potenzial da was wir hier aus den märkten auch rausholen können und das sind doch die dinge die wir zum handeln brauchen und das macht spaß und das ganze hier jeden morgen ohne dass sie einen cent dazu bezahlen also das zum hongkong index und damit machen wir jetzt weiter mit unserem edukativen thema heute das thema satte gewinne durch kalkuliertes risiko wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar fakten aus einem anderen blickwinkel an bleiben sie dran im go to webinar mache ich den durchlauf auf facebook mache ich das wie immer so ich mache zwei videos das heißt ich blicke hier mal ganz kurz oder ich klicke mal kurz auf stopp und dann bin ich in zwei minuten wieder mit dem live stream zurück das heißt gleich geht es in den zweiten teil für heute morgen auch auf facebook bin gleich wieder da